Am 4. Oktober 1636 besiegte der schwedische General Banneer eine kaiserlich-sächsische Armee bei Wittstock in Brandenburg. Es ist möglich, dass Grimmelshausen diese Schlacht miterlebt hat, wenn auch nur aus der Etappe, er war damals höchstens 15 Jahre alt. Seinen Simplicius jedenfalls ließ er dabei sein und bei dieser Gelegenheit wieder einmal die Farbe wechseln. Er findet mitten im Feuer seinen verlorenen Herzbruder wieder, der nun auf schwedischer Seite kämpft. Voller Freude lässt sich Simplicius gefangen nehmen und zu den Schweden führen, aber gleich darauf fällt der Herzbruder den Kaiserlichen in die Hände und die Freunde sind abermals getrennt. Absurd, wie diese Episode ist die ganze Schlacht. Ein sinnloses Morden, das nichts entscheidet. Die Schilderung hat durchaus kritischen Charakter. Das wird spätestens im nächsten Kapitel deutlich, wo Grimmelshausen den Kampf des Simplicius gegen seine Läuse in ebenso glühenden Farben malt wie vorher die historische Schlacht bei Wittstock. Nein, dieser Dichter verweigert dem Krieg jeglichen Respekt. Er weiß, dass Soldaten stets nur um die eigene Haut kämpfen. Sei es gezwungen gegen den gleichfalls gezwungenen Feind, sei es spontan gegen die wirklich verhassten Läuse.